So, redigingesetzt. Hi. Eigentlich wollte ich nicht aufnehmen. Schwierig, ich weiß. Jetzt nehme ich doch auf, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt wahrscheinlich vielleicht gut sein könnte in den Run. Ja, eigentlich sind es ja die Videos hier von Twitch. Highlights. Ah, von mir. Und da sieht es mir so aus, als ob ich voll kacke bin. Will ich vielleicht auch. Aber nicht so. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, als erstes habe ich angefangen, deswegen geht das jetzt hier so mit los. Ich bin aber noch in der ersten Ebene, also alles easy. Habe ich so dieses Gefühl irgendwie, dass das halt gut sein werden könnte. Oh Gott, was bist du für ein grauenhaftes Kind. Also, habe ich mir das vorgenommen, dass wir das jetzt so machen werden. Ich habe das irgendwie so in der Pibi, als ob der Run vielleicht gut werden könnte. Gutes Item bekommen gehabt. Das war immer noch... Oh, ich habe sogar von allen etwas. Oh, das Lipstick. Nehme ich mal mit. Jetzt bin ich auch schon los. Jetzt habe ich Reise. Ich habe Herzen. Äh, ich kann gleich hier nochmal im Damage Room, glaube ich, heißt das. Oh, ich kann hier alles sehen. Kann ich eigentlich immer alles sehen? Ich habe eine Pille gefunden, die habe ich gefuttert gehabt. Da geht es mir. Ähm, bum 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 bum. Genau, da bin ich aber rein. Oh Gott, da kannst du doch bitte sterben. Danke. Ich habe Schlüssel nur bekommen. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob es... Okay, ich habe acht Münzen. Eine Bombe. Ich kann mir nur eine zweite Bombe mitnehmen. Oh, ich habe zwei Bomben. Ich bin so glücklich. Das war, glaube ich, eine vielleicht gute Idee gewesen. Hallo? Hallo? Blume auf damit. Toll, jetzt kriege ich natürlich noch mehr Geld. Aber die zweite Bombe ist trotzdem gut. Natürlich nicht. Ich hätte mehr Münzen kriegen können, aber ich hätte die... Oh, jetzt bin ich mir überlegen. Ich hätte die zweite Bombe nicht mitgenommen gehabt. Oh, warte mal, ich kann das... Ich kann die ja zueinander schieben. Warte mal, ich kann hier alles auf einmal machen. Aber das bringt mir eigentlich nichts, ne? Egal. So. Okay, Anschluss, ein halber Herz. Takara. Schaden hoch. Nice Geschichte. Halbes Herz, okay. Das bedeutet, dass es überall ein Super Secret Room gibt. Ealtalk. Wow, okay. Ich habe jetzt alles, ne? Zehn. War da irgendwas, was ich noch... Ne, das andere hat fünf... Ich gehe trotzdem nochmal gucken. Aber ich glaube, ich hatte jetzt alles. Hätte ich mir die eine Bombe für fünf Flüge gekauft, hätte ich 15 Münzen gehabt. 15 Münzen hätte ich mir... Na, nicht gut. Andere Frage, nehme ich mir die Pille nochmal mit? Ja, ne? Bitte sei gut. Volle Gesundheit. Toll. Hatte ich schon vorher. So, nehmen wir eigentlich mal. Ich weiß nicht, ob die Pille immer so ist. Ich glaube, nur dafür, so, ne? Für den jetzigen Run, beziehungsweise für die jetzige Ebene, dass ich halt alles sehen kann. Da werde ich gleich herausfinden. Na, super. Dann ist es schon wieder hier mit den Kac... Toll, meine Nase juckt. Und die Kacke so losgeht, weiß ich nicht, was ich jetzt hier wieder als Gegner zu bekomme, als Endgegner. Auf jeden Fall kriege ich viele Schlüsse, das ist schon mal auch gut. Oh, fuck. Oh, doch nicht, fuck. Oh, okay. Gehen wir mal reingucken. Okay, ne Pille. Was bist du? So, lecker, kein Tuch. Das ist eigentlich ganz nice, ne? Mhm, 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 mhm. 15. Das ist eigentlich ganz cool. Das bedeutet, wenn ich ein schwarzes oder ein Seelenherz habe, dass es das zu einem roten Container verblubbelt. Das ist eigentlich ganz cool. Oh, Schaden im linken Auge. Geht mir Manni. Oh, ein Fünfer. Okay, ich könnte mir rein theoretisch das Ding kaufen. Ich weiß jetzt halt nur nicht, was besser ist. Weil das wird ja sicherlich auch so ein aufladbares Item sein. Nehm ich rein theoretisch das Item, was Seelenherzen und schwarze Herzen, ähm, rote Herzen-Container verwandelt, was natürlich nice wäre. Oder nehme ich Seelenherzen und sowas mit. Also das Ding, was ich jetzt habe, das ist nämlich so dieses... Also ich kann mir auf jeden Fall einen Container noch gönnen. So oder so, weil da ein Seelenherz erfolgen ist, das geht auch gerade nicht. Weil dann brauche ich ja 20 Coins. Mal gucken, vielleicht kriege ich das hier hin. Bitte sei gut. Die Welt. Das ist nice. Oh, warte mal hier. Münzen, 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 Münzen. Vielleicht, bitte danke. Okay, ich habe ein halbes Herz. Ich habe zwei Bomben. Hier ist das eine Map. Muss ich gleich mal gucken, wo das andere ist. Oh, Coins. Sehr nice. Kann ich tatsächlich mir doch einen Herz-Container mitnehmen. Wollte mir denn überlegen, welches jetzt davon besser ist. Herr, und hier gibt es jetzt kein... Woher weiß ich denn bitte? Wo ist ein Secret Room? Wo ist kein Secret Room? Oh, fuck. Ich hasse die. Also normalerweise müsste es doch ein Secret Room und ein Super-Super-Secret-Room geben. So, jetzt habe ich es. Hm. Ist hier das jetzt als halbes oder als ganzes? Also ich kann mir das hier mitnehmen. Drei Bomben. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Okay, wir gehen erst mal... Ich glaube, das Ding finde ich besser. Aus verschiedenen Gründen. Oh. Nice, nice. Werde ich mir mitnehmen, weil ich es jetzt kann. Schaden und Böses hoch. Ich sollte mir das vielleicht mal durchlesen, bevor ich mir die Sachen einsammle. Weil ich habe jetzt zwei schwarze Herzen. Das. Ich werde mir jetzt noch... Ich will mir das andere Soul. Hat auch noch gönnen. Bin ich nicht wunderhübsch? Schaut sie, wie wunderhübsch ich bin. Finde ich persönlich. Okay. Einmal ganz nach links. Ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung gewesen. Das Ding mitzunehmen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich drücke... Mach mal. Was ist das, wenn ich die jetzt so mache? Ernsthaft? Wow. Eine Bombe verschwindet. Gut. Ich brauche noch zwei Räume und dann geht wieder ein Container. Bin ich mal gespannt jetzt. Okay. Das ist Kakao. so ein raum noch das wäre nett, wenn ich mich treffen könnte danke jetzt eigentlich ja, funktioniert oh, wie nice ich kriege so viele roten Herzcontainer oh, fuck ich hätte die nach oben schießen können fällt mir gerade ein so, da ganz links sind bringt mir das aktuell noch nicht aus diversen Gründen so nice, dass das aufhält das war nicht der Plan das war ganz und gar nicht der Plan dass ich hier alles irgendwie zerstöre ja, was bist du? schankst du hier ja, scheiß drauf hier explodiert überall was also ich muss sagen meine Bubbles sind eigentlich gar nicht so kacke ja, kommst du mal her, bitte vor allem, der einfach auch von den Gegnern die Bälle zerstören kann und ich so eigentlich gar kein Damage und sowas kriege uh, zwei weitere Seelenherzen drei ich behalte mal noch zwei offen komm ich da wieder rein? bleibt der jetzt offen? ich nehm die mit ich hab mich ich hab's mir anders überlegt so, sehr schön ok, wow ich bin gerade ein bisschen begeistert von den Items was ich gefunden habe wenn ich jetzt auch nicht so allzu kacke bin und irgendwie gleich alle auf einmal verliere bin ich eigentlich auch ganz glücklich was ist denn also nur wenn ich Gegner besiegt habe der Raum oder was also das Ding so rum ist ja hier ok, ich verstehe what the fuck da ist ein roter Spider ist hier noch einer? muss ja da, also komm ich der Raum wird gut ich hab's in der Pipi ich brauch nur noch mehr HP ab und mehr Damage ab und dann bin ich sehr glücklich oh fuck gut ooooh ooooh okay es passieren dinge doppelt oh gott hallo reichtum aber zu welchen preis das kann ich jetzt auch nicht sagen kacke ist dass ich leider nicht noch mehr aufsagen kann ich habe allerdings nicht damit gerechnet dass sie noch mal ein double deal kriege passt auf ich habe drei bomben ich würde behaupten ich weiß es nicht dass hier ein was ist behaupte ich dass hier einer ist ja ich bin schläfrig okay ich habe drei schlüsse ich musste einmal reingucken 13 coins seelenherz kann ich mir mitnehmen die tasche mit ich gebe so viel geld aus voll kacke irgendwann brauche ich wahrscheinlich das geld ich sehe das auch schon kommen irgendwas machen noch mal meine gabel warum habe ich da oben links ein herz drinnen ganz normal fertig okay ab jetzt in den nächsten raum ich kann mal aufräumen grad lieber ist mäßigkeit und nein nochmal okay ich überlegs mir ob ich da jetzt irgendwie was abgeben von oder nicht natürlich sind hier coins ich würde gern fliegen können das wird später glaube ich interessant euch ja schon bewusst wenn ihr da alle in der ecke steht dass ich euch einfach so easy peasy töten kann also ich meins nur es gibt doch auch so ein glaube ich so ein animal wollte ich gerade sagen so ein dingsterbumster da wo er dann gesagt oh der gemobbte foojo ich muss mal gucken wie viele herzen ich abgeben kann mark möchte kann natürlich auch darauf an wie viele herzen ich einfach wieder kriegen kann okay dann gehe ich da rein ich habe Schlüssel ich habe 6 Bomben das bedeutet ich werde einfach mal dezent hier nach hinten damit ich einfach eine größere chance auf den doppel die wieder habe ich brauche mir um herzen gar keine sorgen machen solange ich solange ich halte das item habe und genug eigentlich schwarze herzen kriege ich denke ich habe jetzt gerade einen plan wie diese schwarzen herzen heißen was ist mit euch ich werde immer auf hier rum zu furzen ich wurde getroffen von dir stirb du hast es nicht verdient weiter zu leben okay ich gehe ich tue ich mache jetzt ich gehe da jetzt einfach rein oh fuck du hast es nicht Ich bin hier zu treppen. Das ist sehr kacke. Ich muss also eben auch sagen, dass ich das gerade nicht verstehe, warum ich jetzt beim... Also ich habe 26,2% Chancen, mit Double Deal zu kriegen. Interessant ist es da hingegen. Hier sind auch noch zwei Herzen. Der muss schon so hoch. Minus 36, ja, weil ich jetzt fertig bin damit. Okay, passt auf. Ich könnte... Ich habe ein, zwei, ich habe drei Herzen. Ich könnte wieder ein viertes kriegen. Ich muss mal hier rein. Und da auch noch. Okay, pass auf. Ich kann tatsächlich jetzt ein bisschen Herzen gehen. Danke, dass ich was Besseres mal kriege. Okay, jetzt muss ich mir erstmal meine Herzen wieder einsammeln. So, hier sind zwei. Da hätte ich auch zwei. Das geht nur, wenn es voll ist. Okay, das ist kacke. Ich habe, aber da unten. Ich muss mal gucken. Ich würde eher, glaube ich, ein Soul hat. Ich glaube ja. Nee. Was ist das? Nein. Ich nehme dich einmal. Mache ich das einmal. Bis unten noch auf jeden Fall ein Hart. Scheiße, dass ich die München hier nicht kriege. Aber ist okay. Sondern mache ich euch immer tot. Wow. Wow, okay. Okay. Also sowas hatte ich ehrlich gesagt auch noch nie, dass ich tatsächlich eine volle Lebensanzeige habe mit Herzen. Ich weiß jetzt halt nur nicht unbedingt, was jetzt arg so besser ist. Soul hearts oder normale Herzen. Aber normale Herzen kriege ich halt immer wieder. Soul hearts und so ist halt schwierig. Obwohl ich in diesem Run wirklich extrem viele davon bekommen habe. Und das ist dann jetzt natürlich wieder diese Bestätigung. Jupp. Fuck, ich hätte doch bestimmt, hätte ich da auch was anderes rausbekommen hier, ne? Ich habe ja schon erzählt, dass ich diese Viecher hasse. Kommst du? Danke. Ich könnte jetzt wieder rein theoretisch, ja. Mein Damage ist nur nicht so hoch, ne? TP hoch. Was will ich denn mit TP? Ich brauche irgendwie was anderem. E-Tog? Okay, eins. Ich wusste gar nicht, dass ich den... Okay, den Goldraum hatte ich noch gar nicht. Auch nice. Okay, ich hatte den Goldraum noch nicht. Das ist gut zu wissen. Also es könnte sein, es könnte möglich sein, dass hier sich... Ich hatte sogar Glück. Nochmal Coins. Was soll ich denn mit so viel Geld? Immer nur gucken. Kann ich da mir irgendwas... Ne, das ist auch gar kein, was ich mir da kaufen hätte können. Gut, dann nehme ich dich hier noch mit. So, ich kriege meinen letzten... Herzcontainer tatsächlich. Ich bin begeistert. Wir probieren es aus. Ich bin gespannt. Ob wir eine Chance haben. Okay, das heißt, wir gehen jetzt ins nächste. Hier hätte er sein können. Hier könnte der Super Secret Room sein. Gut, dann nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur falsch irgendwo. Ne. Und wir kriegen unser Heart. Und wir sind voll. Was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt voran? Ja, super. 49% jetzt... Wie? Liegt mich das? Dann liegt mich eine Fliege. Liegt mich jetzt die Fliege? Alle Fliegen? 50% schon sind es runtergegangen. So, die fuck. Oh, so hart. Ups. Warum liebst du mich nicht? Liebe mich doch. Okay, Verlangerung. Das ist aber nice. Was soll ich mit so vielen Schlüsseln? Oh mein Gott. Ich verstehe. Ich könnte jetzt auch noch mehr Geld einsammeln. Mhm. Interessanter Raum. Ich weiß nur nicht, ob sie das lohnt, so viele Schlüssel dafür auch so geben. Wäre lustig. Ich probiere es aus. Okay. Ja, komm. Wir gehen schon hier reingucken. Soul Hearts. Okay, komm. Wir gehen hier reingucken. Okay, dann nehme ich den anderen auch noch mit. Ich will auf jeden Fall dich. Dich nehme ich auch mit. Ja, finde ich gar nicht mal so kacke. Huch. Aber heute davon abgesehen, auch so glaube ich nicht, da will die wahrscheinlich reingekommen wir. Aber ich brauche jetzt erstmal wieder Herzen. Was ist das? War ich das? Ich tue Dinge. Okay. Da war ich doch schon. Mehr Kisten tauchen auf. Nice. Oh mein Gott. Was ist das, was ich das bohne? Was ist hier ein Ding? Megafürze. Nah. Ich brauche mal eine Gabel. Fuck, meine Nase juckt. Äh. Du Scheißding. Habe ich noch irgendwo ein Seelenherd? Hubsen bei Berühren. Ein Seelenherd wäre doch schön. Ey, das gibt's nicht. Okay, war ich schon im Shop und habe mir irgendwas gekauft? Nee, ne? Mhm, 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 mhm. Da, da, da. Was ist das? Ein Ring? Was macht der? Komm, dann werden wir gucken. Hey, ich tue Dinge. Das ist so kacke gerade. Okay. Schadenhub. Okay, ich habe ein Messer. Ich habe ein Messer. Okay. Nice. Scheiße. Okay, jetzt kriege ich hier mindestens noch. Ich brauche ein Soulheart. Ich habe, glaube ich, alle allerdings eingesammelt. Ich fahre jetzt eigentlich überall. Oh Gott. Ich will wieder sterben. Okay. Ich kann eine Batterie mitnehmen. Wenn eine Batterie wäre allgemein, nice. Ach, komm schon. Hm? Nein, mein Glück geht runter. Ich kann ewig sehen. Okay. Das ist ja sehr schön. Schlüssel. Ich habe nur noch einen Schlüssel. Gibt sie? Es gibt doch noch einen. What the fuck? Okay, ich muss mal in alle Räume rein. Okay. Okay. Nicht? Oh fuck. Okay, ich habe gedacht. Aha. Mhm. Ich wusste doch, hier ist irgendwo noch einer. Okay. Herzen. Oder Schlüssel. Gut, ich kann mit euch beiden jetzt anfangen. Tut mir das Hobby. Was ist das? Verlängerte Werte. Was? 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 10% Chance. Hausherz Clearing. Ah, ich nehme das mit. Ich brauche die Herzen. Seelisch sagen jetzt voll viele. Nö. Voll doof. Voll falsch. Ich weiß es nicht. Kann natürlich möglich sein. Ähm. Ich bin durch. Wir können zum Fight gehen. Nee, bemarmen sind wir noch nicht. Nope, nope, nope. Aber ich muss ehrlich gestehen, es wäre nice. Wenn wir noch irgendwo ein Zool haben. Aber vielleicht kriegen wir jetzt eins. Oh, hier ist noch ein normales. Okay. Ah. Ja, okay, ich war ja schon da. Scheiß drauf. Ich habe einen Kochlöffel. Und rein geht's. Wuhu. Wir sind gut. Wir sind so gut. Ich bin so glücklich, das aufgenommen zu haben. Ah. Okay, wir sind kurz vor dem Arm. Oh fuck. Oh fuck. Okay, ich bin ehrlich. Ich bin, ich muss gucken, ob ich da jetzt in den Raum reingehen kann oder nicht. Oh Gott, ich nehme sie wieder. Es war so klar. Es war so fucking klar gewesen. Oh, ein Katzen. Seelen. Das ist ein Seelen-Converter. Das werde ich sicherlich nicht tun. Oh mein Gott. Als ob ich das tauschen werde. Ganz sicher nicht. Es ist so viele Deals und sowas eingehen. Oh mein Gott. Okay, ab geht's rein da. Ein Pit. Tempo und Reichweite hoch. Oh, ich bin ein kleines Speed-Gedöns. Okay, äh. Bomben. Ich tue Dinger. Okay. Das ist kacke, was ich für Dinge tue. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein, weil da unten die ganze Monsterleiste voll gewesen ist. Nachher kommen wir auf hier rum zu kackern. Können wir nicht in Soul Heart gehen oder also mein Herze? Herr, wo seid ihr denn? Irgendwie sowas? Ihr seid scheiße. Ich mag euch nicht mehr. Ihr wart alle mal meine Freunde. Ich will hier gar nichts. Und jetzt fühle ich mich hier richtig hart verarscht. Als ob es hier jetzt zwei Monsterus gibt. Ey. What the fuck. Ihr habt sonst nichts besseres zu tun, als mich zu ärgern. Ist nicht klar. Verstehe euch. Ja, bleib da. Warum kriege ich nicht oft auch so eine Chance, dass ich hier irgendwie sowas mache? Was ich da gerade gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Okay, der eine ist hoch. Nice, 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 nice. Und der zweite ist tot. Juhu. Ich krieg ja auch noch nicht mal was. Oh mein Gott. Okay, Marm ist irgendwo. Nur eine Hand. Ich bin gleich bereit für dich, Marm. Eine, das noch. Ja. Okay. Ich habe das böse Raum gefunden. Ich könnte da auch noch mit rein. Problem ist, dadurch, dass ich nicht weiß, wo zum Fuh... Ich muss jetzt sagen, was muss ich jetzt hier tun. Dinge muss ich auf jeden Fall tun, okay. Ich habe hier in gar keinem Raum überhaupt nichts... Ey, fuck you. Bekommen da. In keinem Raum. Bitte, lass mich hier coin-roomen. Das ist ja gut, ja? Ich habe unten irgendwie Herzen oder sowas bekommen. Ey, what the fuck. Natürlich nicht. Okay, was willst du? Mehr Flugräume. Ein Sohn Horde. Ein normales Herz. Was ist ein Backpack? Tief Items. Na. Noch ein Herz. Oh mein Gott, ja. Du bist... Zeig den Kartenentwurf. Nein, es ist kaputt gegangen. Okay, aber wenigstens noch mal ein paar Herzen bekommen. Okay, 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 okay. Wenn ich die Karte jetzt nehme, ne? Der gehängt ja wirklich hin. Achso, lol, ich konnte nur einmal fliegen. Fuck. Das war das, der gehängt da. Ja gut, fürs nächste Mal weiß ich es. Dann weiß ich es wahrscheinlich wieder nicht. Das hätte irgendwo... Hätte mich das voll weit gebracht. Zum Beispiel gegen den Monster und sowas. So fighten wäre voll cool gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich hab's halt kaputt gespielt. Ja. Gegen wen oder gegen was fighte ich jetzt? Gegen Mom jetzt schon? Fuck, ich hab nicht auf den Fuß geachtet. Ich hab nicht auf den Fuß geachtet. Fuck. Warum schreibt meine Mom eigentlich so fucking an? Okay, darf ich mal sagen, dass ich richtig gut bin. Ich hab so fucking nice Items. Ab geht's. In die Tiefe. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Ich hab gegen Mom gefeiert. Ich hab gegen das Herz gefeiert. Da geh ich jetzt wahrscheinlich auch wieder hin. Krieg ich die Herzen oder nicht? Oh, pfuh. Äh, nein. Nein. Einfach nein. Ach so, das Auge kann mir trotzdem Damage geben. Okay, ich verstehe. Das heißt, ich muss als erstes bitte die Auge mal killen. Okay. Mhm, 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 mhm. Ich wusste, dass ihr sowas tut. Ich hätte mir mehr Schlüsse kaufen sollen. Oh, die gehen mir auch richtig auf den Krieg, die kleinen Viecher. Okay, ich seh auch so die ganze Map, was natürlich ziemlich nice ist. Okay, da ist der Boss. Ich würde gerne eigentlich sehen, wo. Ich finde, das ist wie flirkt, ne? Wo ist hier der Raum, um Sachen zu kaufen? Ich hab noch fünf Münzen. Das ist... Ah, ich hab keine Schlüssel mehr. Da war ich schon drinnen, ne? Natürlich. Wo ist da kein Ruhr rum? Ich krieg auch so, glaube ich, keine Herzen oder hier irgendwie sowas, ne? Bild bringt mir alles nichts. Also, ob ich jetzt freiwillig irgendwo hingehen werde, wo ich weiß... Okay, passt auf. Ich habe ein paar Bomben. Ich glaube nicht, dass mir das irgendeine Art und Weise was bringen wird. Nein. Ich komme da nicht ran. Und hier komme ich auch nicht ran. Also, ich komme ran, aber ich habe keinen Schlüssel mehr dafür. Oh, pfuh. Das war knapp. Das war nice. Nein. Oh, ich kriege ein Herz. Warum kriege ich ein Herz? Finde ich gut. Ich mecker nicht. Halbes Herz. Schlüssel, Bombe, Pille. Pille. Warum habe ich schwarze Pipi? Oh, ich werde verfolgt von einer Piene. Okay, wir holen uns auf jeden Fall die Goldruhe. Ich habe beschlossen. Bombis. Schmeckt nach Feuer. Was tut das? Ich werde sterben. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Oh, das hat er. Du musst bitte erstmal hier um die kleinen Viecher kümmern, bevor wir uns jetzt hier mit den großen noch anlegen. Dann wird es mir nicht so aussehen, dass ich hier tausend kleine Viecher habe. Genau das wird es mir nicht dann sein. Oh, fuck. Ein halbes Herz. Ich habe ein fucking halbes Herz bekommen. Nee, ich habe ein ganzes Herz bekommen. Trotzdem. Scheiße. Scheiße. Ich weiß, ich bin am meckern. Mhh. Herzen? Nein, Coins. Schlüssel. 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 Wie soll das funktionieren? Außer zu fliegen bringt mir das doch nichts, ne? Ja, ist okay. Ich fast sehe schon. Okay, jetzt runter und ich habe nur noch fünf Herzen. Das war nice gerade. Also, die hat sich hier nicht verliebt. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, ey. War da ein Herz? Nein. Schwierig. Was ist das für ein Ski gewesen gerade? Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe Herz und ich bin glücklich. Oh, ich mag dich nicht. Dich auch nicht. Oh, das ist ein Arcade und ich habe Geld. Also, entweder sind die Geister so groß, also die Viecher, oder ich bin halt so fucking klein. Oh, mein Gott. Ich möchte bitte Geld, äh, Herzen haben. Oh, mein Gott. Okay, pass auf, ich habe kein Geld mehr, aber ich habe Münzen. Ähm, Quatsch. Oh, mein Gott, tut mir das gerade gut. Oh, mein Gott, tut mir das gerade gut. Nur vorsichtshalber will ich hier eigentlich, äh, irgendwie nochmal ein paar Herzen eigentlich machen. So, die mache ich auch einmal down. Sehr schön. Okay, was ist hier für Party? Oh, mein Gott. Das ist ein riesiger Kahnraum gewesen. Klar, ich hätte auch Geld einstellen können, ja. Okay, so, mal gucken. Also, ich habe den Mushroom. Was ist das? 25? Äh, 25. Das kannst du hören, dann ist mir der Effekt für den Ruhm. Ähm, mit 8-Lack-Effekt-Last. Okay. Ich nehme den Pilz, damit ich glaube, der ist gut, weil ich mich nicht irre. Auf jeden Fall hätte ich noch Herzen. Von Coin, oh mein Gott. Ein Ganzes geht weg, ne? Aha, und da habe ich jetzt noch ein halbes... Na, ich lasse das. Hätte ja klappen können, dass da irgendwas... Funktioniert das? Natürlich funktioniert das nicht. Uff. Das ist natürlich kacke. Jetzt kann ich mir kein Seelenherz mehr mitnehmen, weil ich halt komplett voll bin. Ähm. Okay, äh, ich weiß jetzt gerade nicht unbedingt, was gut oder was kacke ist. Jetzt im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall mit dem Coin-Generator noch warten sollen, um... Ich hätte das nicht zerstören sollen, alles. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass ich nochmal so viel Geld kriege, oh mein Gott. Okay. Das ist kacke. Das ist kacke. Wahrscheinlich vorher wieder so, nein, warum tust du das? Ich so, ja, weiß ich nicht. Da ist bestimmt auch Geld drin. Oh, schlusset. Und trotzdem Geld. Fuck, ey. Warum kriege ich denn jetzt noch so viel Kohle? Finde ich kacke. Oh, fuck. Okay. Ich will dich und ich brauche dich. Wieder denke ich in Weise, wollte ich gerade sagen. Natürlich ist es normal mit am Start. Ach ja, das Herz. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah! Oh mein fucking goodness, wie schön ist das? Okay, pass auf, Leute, pass auf. Es geht jetzt weiter. Was ist das? Ich kann weiter nach unten. Das habe ich bis vor... Oh mein Gott, ich könnte jetzt vorbeimachen, aber ich könnte auch noch weiter nach unten gehen. Ich gehe weiter nach unten. Oh mein Gott, ich gehe weiter nach unten. Wo komme ich hin? Was tue ich denn jetzt? Der Gummi-Ziement, was? Okay, oh mein Gott. Warum ist hier ein Duplikat vor mir? Äh. Können wir bitte darüber reden, dass ich zwei von diesen Viechern hier schon wieder habe? Und dass sie irgendwie weißes Zeug spucken können? Und dass sie fucking stark sind? Hör auf, mich immer ankotzen zu wollen. Okay, da hier bin ich noch tot. Kriege ich dafür irgendwas, dass ich die besiegt habe? Nein? Achso, ja, sorry. Ich dachte, dass es vielleicht hier ist. Hätte ja sein können. Oh, das erinnert mich an einen Reservator. Uiuiui. Wo sind hier Räume für mich? Einen zum niedrigsten Wert. TP hoch. Okay. Ich kriege ein bisschen nasse Finger. Kennt ihr das? Irgendwie, ich brauche mir nicht ein paar Herzen und so. Fuck. Ja, genau. Warum? Was ist das? Warum tut es das? Ich kenne den ganzen Monster hier nicht. Das ist voll kalt. Oh Gott, da geht es weiter zum Los. Gehe ich da rein? Mache ich das oder mache ich das nicht? Gehe ich einfach rein und tue... Ich tue es einfach. Komm. Come on. Ich tue es. Ich tue es. Was ist das? Was ist das? Was? Oh nein. Wie geht das? Wie töte ich den? Ist das Satan oder so? Macht man das? Ist das der? Ich habe noch nie gegen den gekämpft. Oh fuck. Ich habe Angst. Was kann der denn? Hä, warum? Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War das Satan? War das gerade Satan? Ich habe fucking Satan besiegt. Oh, ich wusste, ich muss den Run aufnehmen. Nice Scheiße. Ah. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.